Ich bin gebetet, dass wir es mal ein bisschen leiser machen heute. Wir wollen in Ruhe unser Gedenk. Und deswegen seid ihr auch immer nur alle da. Ich muss immer arbeiten, ihr könnt saufen. Das ist recht auch so. Arbeitet ihr immer nachts, damit das so mehr wie Schwarzbau aussieht? Ja, damit das keiner sieht. Ein Mauer, drei Anspornen. Ich glaub, wie schnell das geht. Drei Anspornen. Drei Antreiber.